Au, 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 rücksichtsloser Raser. Verfolgungsjagd, los Morug, du machst das. What the heck? Was ist das? Oh mein Gott, Morug, was macht ihr? Hä? Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Polizeisimulator. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern... äh... Albert? Hab ich was verpasst, Alter? Ich hatte Alarm im Darm. Letztes Mal ist es nicht so gut gegangen. Wir haben den Chef geprägt und haben aufs Mal bekommen. Ja, ich konnte zwei Tage nicht sitzen, Alter. Aber jetzt sind wir wieder im Dienst und machen die Stadt unsicher. Oder wir machen sie unsicher für unsichere Leute. Wir versichern die Stadt. Was sagt dein magisches Computer heute? Verkehr, Verkehr, Verkehrskontrolle. Das machen wir. Was machst du da hinten, Alter? Mal gucken, was im Mülleimer ist. Okay. Das sieht immer noch so dämlich aus. Okay, jetzt zollen wir uns unsere Waffen. Es geht ab. Das ist ein Überfall. Kommen wir erst mal nach einem Kaffee. Danke. Man macht Sirene an hier, komm. Hey, wuhu. Wir sind da, wieder da. Du bist ja die Polizierscheiße, Alter. Fuck, Alter. Ah! Was? Oh! Ich hab doch Sirene an! Wenn du noch einmal in meinen Morug reinfährst, gibts auf Schnauze. Alter. Joah! Joah! Okay, Verstopp Schild. Genau deswegen gibt es das. Hey, was geht ihr Penner? Haha! Okay, wir müssen hier Autos anhalten, die zu schnell fahren. Ich dachte, wir haben eine Geschwindigkeitsmesse. Haben wir doch. Radar-Pistole. Pisch-kammer! Pschsch-pschsch-pschsch-pschschsch-pschsch-pschsch-pschsch-pschschsch-pschsch-pschsch. Sind das Laserpistolen oder wie funktionieren die? Ja, soll mal halten. Okay, ist er zu schnell gefahren oder was? Weiß ich nicht. Ich musste jemanden noch halten. Hallo. Du winkst einfach von der Hand. Der ignoriert dich. Hallo. 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 Mein Game ist crashed. M-mh. Scheiße, Morug. Das ist den nicht anhalten sollen. Das war ein russischer Hacker. Das war deine Internetleitung. Was ist denn weg? Wuiuiuiuiui. Achtung, Achtung. Polybreit ist auf Start alle. Und jetzt seid ihr alle geführt. Alter, ist das Spielplatz? Guck mal. Alter. Polizisten-Trainingsgelände. Oh, Digga. Ich warte. Ich hab was. Pass mal auf. Ich mach jetzt in den 900m Auto auf dem Pipeline. Oh nein. Oh scheiße. Geht nicht. Also gut. Mach unseren Job. Was ist denn hier eigentlich für eine Geschichte? Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Ich glaub schneller als Schrittgeschwindigkeit bedeutet 10 Jahre Gefängnis hier. Oh, der, 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 der. Halt ihn an. Hey. 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 Dogger, Parker. Du hast jetzt gepackt und kriegst schon einen Strafzettel. Komm ey. Fahrzeuge überprüfen ist langweilig, Alter. Komm, wir machen wieder das, was ihr am besten könnt. Drogen verkaufen. Auf. Hallo. Wer will Stoff kaufen? Hey. Warte mal. Warte mal. Das ist aber jetzt sehr verdächtig. Die ist so reich, waard. Was wird das denn hier? Hallo, hallo. Das geht aber so nicht. Zentrale, wir haben hier eine sehr auffällige Frau. Sie bewegt sich mitten im Nichts. Haben sie irgendwas bei sich? Ein Ausweis oder so? Na, steckt auch im Zaun fest oder was? Na gut, sie können weiter. Weißt du was? Ich mach mal abdasten. Was hast du dabei? Hände hoch. Ich hab gesagt hoch, nicht auf die Seite. Die ist clean, Alter. Nicht mehr lange. Nicht so schnell. Bist du verdächtig oder was, hä? Bist du verdächtig? Was machst du da am Handy, hä? Guck mal, ich hab jemanden, der Pokémon Go spielt. Ist das immer noch in? Festnehmen. Dieses Spiel ist lange nicht mehr im Trend. Zentrale, wir haben hier einen Pokémon Go Spieler. Ja, ich hab ihm natürlich in Handschellen gepackt, so wie es sich gehört. Brennendes Fahrzeug. Komm, Notruf machen wir jetzt. Während die Kollegen hier den Pokémon Go Typen abholen. Wo ist unser Auto, Alter? Ich weiß auch nicht, wo unser Auto ist. Oh, das ist grad ein Block weiter. Das brennte Auto. Echt? Ist es unser Auto, was brennt? Nee. Wo rennst du hin, naja? Hier, bin ich. Ey, hier, Kollege, Alter. Steig ein. Schnell, wir müssen uns beeilen. Das Auto brennt. Ich hab dir gesagt, pass auf, wo du deine Kippe fallen lässt. Ich schaue doch gar nicht mehr. Okay, los geht's. Es wird eine lange Reise. Pack dir am besten noch ein Sandwich ein. Okay. Schnell, wir sind da. Chef ist da. Also, ich bin nur wegen dem Fahrzeug hier. Der Typ hier ist mir eigentlich egal. Befrag den mal, warum der hier so liegt. Wir haben hier wieder jemanden, der auf der Straße übernachtet. Bitte sendet einen Kammerjäger. Es ist zu spät, um hier noch Marshmallows zu braten. Oh, guck mal, da kommen unsere Jungs. Ich will auch mitfahren, ich will auch mitfahren. Ich will mitfahren. Ich hab euch nur für mich bestellt, nicht für den. Lass den liegen. Ich bin der Held. Held, nehmt mich mit. Nein, nehmt mich mit. Nehmt mich mit. All wert. Ich werd gemobbt. Schon wieder. Ja. Ich lass dich hier nicht rein. Ja, jetzt haben wir ein Problem, hä? Nein. Nein, 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 nein. Okay, diesmal kommt ihr noch davon, aber nächstes Mal nicht mehr. Hey, wo ist das? Warum begrapscht du die? Einfach so, Alter. Hallo. Guck mal, ich kann nachgrapschen. Ich streichel dich. Ich streichel dich. Hey, warum rennt die weg? Wer? Die Frau da. Ja, ich seh's. Raule Jacke. Schieß sie ab. Alter, bleib stehen, Alter. Ich mach heute keine Witze, ja? Hallo, hallo, hallo. Nimm die fest. Was, warum? So, jetzt langs. Ihr Drogen, Alter. Ihr Drogen. Erstmal eine Alkoholkontrolle. An mir selbst. Sehr schön. Wir haben den Fall gelöst. Obwohl wir einen anderen Fall machen müssen. Ah, da seid ihr ja. Pünktlich, wie immer. Zentrale, nimm mal das Auto mit. Könnten wir verkaufen für gut Geld. Ja, das kauft bestimmt jemand ab, ey. Musst du nur ein bisschen unter Eis legen. Go. Nein. Ich will das Auto haben. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Schnell. Ah, was geht ab, ihr Lappen, ey? Der Boss ist zurück im Haus. Tada. Alter. Was geht ab, ey? Morug, wir haben es geschafft. Betrunkene Person gemeldet. Betrunkene Person, schnell. Das kann nur unser Kollege sein. Vom Labor. Hat er die Proben getrunken, die du dem gegeben hast wieder? Ich glaube, ja. Scheiße. Ich hätte es nicht in einem Pub-Becher geben sollen. Alter, wie der besoffen redet. Bist du bei dem, oder was? Ich bin bei dem, Alter. Wie der schon schaut, ihr. Oskar. Ja, Oskar, ich muss dich mal abtasten. Röde Deutsch. Nein. Gestohlene Kreditkarte. Oder wieder nur eine Person, die du abschießen willst. Ja. Alter, unser Auto. Oh, jemand hat voll demoliert. Was? Weißt du das? Festnimm. Festnimm. Kommen wir auch unten ab, bevor es noch jemand sieht. Wir haben es mit einer gestohlenen Kreditkarte zu tun. Also Raffenver... What the... Was? Hä? Dein Partner und du werdet auf dem Polizeirevier wiederbelebt. Was? Wenn wir Menschen verarschen, wir stehen doch da. Aber wir sind doch normal ausgestiegen. Scheiße, ich wollte den Polizisten festnehmen, aber es geht nicht. Können Strafzettel schreiben. Sie stehen da zu lange in der Pause, schon seit zwei Stunden. Warum kann man durch den Notausgang raus, aber nicht rein? Weil das schon ein Notausgang ist, nicht ein Noteingang. Wo ist Noteingang? Wir sind die Bolli breit, wir sind die Bolli breit, breit. Wir sind die Bolli breit, wir sind die Bolli breit, breit. Hey, hey. Wir sind die Bolli breit, breit. Brrrr. Verkehrsdienst falsch, Parker. Hey, Glatzkopf. Rück mal die Wummen raus, Alter. Und dann reich mir mal das Geed. Die ist noch verstummt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die haben die Lenkung nicht repariert. Wow, okay, los geht's. Oh. Hallo. Hey. Oh mein Gott, das ist richtig. Ja, Alter. Ups. Morro, Alter, gib dich mal. Was tippst du da? Ich zocke und ich schreie. Du zockst den Bein noch. Beim Fahrt. Scheiße, ich verliere gleich, was ist. Oh, scheiße. Ich will noch ein bisschen vorne noch spielen. Hör mal auf die Zocken hier. Nee, ich will nicht. Oh, shit. What? Ha? Dacht ihr, ich bin aus dem Auto gefallen? Okay, wir können eher aussteigen hier. Es geht um Falschparker. Alter, nicht schon. Seht ihr da? Da, der hier. Wer? Du! Nee. Hallo? Hab hier ein verdächtiges Auto. Alter, ich hab hier noch einen, ey. Feuer! Ha! Hab noch einen. Trink ihn mit dem Revier. Was traut der sich, ey? Vielleicht meldet der Notfall, wenn du das sagst. Ja, 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 ja. Bis jetzt warten, bis ein Notfall reinkommt. Kannst du schon mal die Karre suchen, ey. Raubüberfall. Da genau sowas haben wir gebraucht, Morug. Willst du Leute befragen, oder was? Ich befrage du drin. Okay, ich geh rein. Oh, shit, Alter. Hey, hat jemand eine Kartoffel ins Frauenklo gemalt? What? Irgend so eine Dämonenschrift über die Toilette. Wer hier reinkackt, Tinner? Tinner war der Zorn des Teufels. Junge, du musst noch einen Hinweiser finden. Ja, ist ja gut, Morug, ey. Spielt er auf Toiletten von Frauen. Ey, Morug, meinst du, stört jemanden, wenn ich hier Burger noch esse? Oh, guck mal, der hat mir ihre Karte gegeben, Alter. Die ehrte ich nachher auf Tinder. Tschüss, Schnecke. Alter, ich hab hier Handabdruck. Fingerabdrücker. Oh, shit, du hast drei Fragezeichen Detektiv-Set dabei. Shit. Ja. Der hab ich letztes Mal in den Bravo bekommen. Au, Alter. Ich bin stark. Ich kam nicht weg, Morug, du bist zu breit. Hier. Hast du? Da hat jemand Kippen fallen lassen. Rauch sie, Alter. Ja, sehe ich. Die müssen wir jetzt in ein Labor bringen. Alter. Befördert. Befördert zu zwei. Wuhu. Morug, wir wurden befördert. Chef, danke vielmals, Chef. Geil, sorry wegen Prank letztes Mal. Meint, wir sollen nicht alles abschleppen. Ich weiß nicht, ob er die Frauen oder die Autos meint. Oh, 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 rücksichtsloser Raser. Verfolgungsjagd, los, Morug, du machst das. Weißt du, noch das letzte Mal ist nicht so gut gelaufen. Und dann bist du in die Bäume geflogen. Das war ein anderer Auto. Fuh. What the heck, was du sagst, was? Oh mein Gott, Morug, was machst du? Was ist hier? Fahr. Digga, wir sind hinterm Zaun. Was? Was? Morug, du hast fliegenden Teppich aktiviert, hat er was? Morug, hier gibt es keinen Ausgang. Nee, kommen wir echt nicht mehr raus? Äh, äh. Scheisse, Officer Tufix an Zentrale, Alter, wir haben Scheisse gebaut. Scheisse, Morug, wenn das so weitergeht, werden wir gefeuert. Komm, wir bränken jetzt unseren Chef, der hat uns zwar befördert, aber trotzdem nicht. Hey, komm, machst du auch mit Glatzkopf, hä? Pistole! Echt? Bro, du hast uns Pistole gegeben. Alter, geh da weg, ich brauch auch Pistole. Oh, jetzt weißt du, wie wir Chef pränken, ey. Jetzt sag mal her. Hände hoch, Cowboy. Oh, Cowboy. Oh, Scheisse. Guck mal, das ist ein Knarer. Guck mal, das ist ein Auszeichen. Oh, Scheisse. Scheisse. Guck mal, auf deinen Knarer, auf deinen Knarer. Ich danke, dass wir jetzt Knarer bekommen, Alter. Drei, zwei, ein. Ja, Leute, das war's mit Bolli Breit. Folge zwei. Toller Rhyme. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, drückt Daumen nach oben und lasst ein Suchuk da. Und schaut bei Alberto vorbei. Ja, Alter. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Haut rein.